Ich lerne Deutsch. Notarzt Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bei einem Notarzt handelt es sich um einen Arzt, der sich auf die Notfallmedizin spezialisiert hat. Bei einem Notarzt handelt es sich um einen Arzt, der sich auf die Notfallmedizin spezialisiert hat. Notärzte sind in der Lage, lebensbedrohliche Notfälle zu erkennen und zu behandeln. Notärzte sind in der Lage, lebensbedrohliche Notfälle zu erkennen und zu behandeln. Notärzte sind in der Lage, Patienten in kritischem Zustand zu stabilisieren und bis zum Eintreffen in einer Klinik zu versorgen. Notärzte arbeiten in der Regel auf Rettungswagen oder Notarzthubschraubern. Notärzte arbeiten in der Regel auf Rettungswagen oder Notarzthubschraubern. Notärztinnen und Notärzte können auch in Krankenhäusern oder in Kliniken tätig sein. Notärztinnen und Notärzte können auch in Krankenhäusern oder in Kliniken tätig sein. Die Aufgaben eines Notarztes sind vielfältig und können je nach Situation variieren. Die Aufgaben eines Notarztes sind vielfältig und können je nach Situation variieren. Zu den Aufgaben eines Notarztes gehört die Erkennung und Behandlung lebensbedrohlicher Notfälle. Zu den Aufgaben eines Notarztes gehört die Stabilisierung von Patienten in kritischem Zustand. Zu den Aufgaben eines Notarztes gehört die Überwachung von Patienten während des Transportes. Zu den Aufgaben eines Notarztes gehört die Überwachung von Patienten während des Transportes. Zu den Aufgaben eines Notarztes gehört die Kommunikation mit anderen medizinischen Fachkräften. Zu den Aufgaben des Notarztes gehört die Kommunikation mit anderen medizinischen Fachkräften. Zu den Aufgaben des Notarztes gehört die Kommunikation mit anderen medizinischen Fachkräften. Die Dokumentation der medizinischen Maßnahmen gehört zu den Aufgaben des Notarztes. Die Dokumentation der medizinischen Maßnahmen gehört zu den Aufgaben des Notarztes. Notärztinnen und Notärztinnen und Notärzte müssen über ein hohes Maß an medizinischer Kompetenz und Erfahrung verfügen. Notärztinnen und Notärzte müssen über ein hohes Maß an medizinischer Kompetenz und Erfahrung verfügen. Notärztinnen und Notärztinnen und Notärzte müssen schnell und unter Druck denken und handeln können. Notärztinnen und Notärzte müssen schnell und unter Druck denken und handeln können. Notärzte sind wichtige Mitglieder des medizinischen Teams und spielen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschenleben. Notärzte sind wichtige Mitglieder des medizinischen Teams und spielen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Menschenleben. Notärztinnen und Notärzte müssen über ein abgeschlossenes Medizinstudium an einer Universität verfügen. Notärztinnen und Notärzte müssen über ein abgeschlossenes Medizinstudium an einer Universität verfügen. Nach Abschluss des Medizinstudiums müssen Ärzte eine Facharztausbildung in einer Klinik absolvieren. Nach Abschluss des Medizinstudiums müssen Ärzte eine Facharztausbildung in einer Klinik absolvieren. Nach Abschluss des Medizinstudiums müssen Ärzte eine Facharztausbildung in einer Klinik absolvieren. Die Weiterbildung zum Facharzt für Notfallmedizin dauert in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Die Weiterbildung zum Facharzt für Notfallmedizin dauert in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Der Facharzt für Notfallmedizin muss eine 80-stündige Weiterbildung in Notfallmedizin absolvieren. Der Facharzt für Notfallmedizin muss eine 80-stündige Weiterbildung in Notfallmedizin absolvieren. Die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin muss der Arzt erwerben, nachdem er seine Facharztausbildung abgeschlossen hat. Die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin muss der Arzt erwerben, nachdem er seine Facharztausbildung abgeschlossen hat. Die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin muss der Arzt erwerben, nachdem er seine Facharztausbildung abgeschlossen hat. Nur wer die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erworben hat, ist berechtigt, als Notarzt zu arbeiten. Nur wer die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin erworben hat, ist berechtigt, als Notarzt zu arbeiten. Notärzte arbeiten in der Regel im Rettungsdienst oder in Notaufnahmen von Krankenhäusern. Notärzte arbeiten in der Regel im Rettungsdienst oder in Notaufnahmen von Krankenhäusern. Notärzte arbeiten eng mit Rettungsassistenten und anderen medizinischen Fachkräften zusammen. Notärzte arbeiten eng mit Rettungsassistenten und anderen medizinischen Fachkräften zusammen. Notärzte arbeiten eng mit Rettungsassistenten und anderen medizinischen Fachkräften zusammen. Notfallmediziner müssen schnell denken, entscheiden und handeln. Notfallmediziner müssen schnell denken, entscheiden und handeln. Notfallmediziner müssen schnell denken, entscheiden und handeln. Die Arbeit eines Notarztes ist sehr anspruchsvoll, aber auch sehr befriedigend. Notärzte haben die Fähigkeit, Menschen in Not zu helfen und Leben zu retten. Notärzte haben die Fähigkeit, Menschen in Not zu helfen und Leben zu retten. Notärzte haben die Fähigkeit, Menschen in Not zu helfen und Leben zu retten. Die ersten Notärzte gab es in Deutschland in den 1950er Jahren. Die ersten Notärzte gab es in Deutschland in den 1950er Jahren. Der erste Notarztwagen wurde 1957 in Köln in Dienst gestellt. 1975 wurde in Deutschland das erste Rettungsdienstgesetz verabschiedet. Heute gibt es in Deutschland rund 10.000 Notärzte. Heute gibt es in Deutschland rund 10.000 Notärzte. Ein Notarzt ist in ganz Deutschland ohne Vorwahl unter der Telefonnummer 112 zu erreichen. Ein Notarzt ist in ganz Deutschland ohne Vorwahl unter der Telefonnummer 112 zu erreichen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.